und nimmst mit oder so, aber er wollte durchziehen, muss man auch wirklich Props an Papa Platte generell ist auch nicht selbstverständlich der kommt da hin und zieht komplett durch und muss man auch sagen, das fand ich sehr bemerkenswert weil ich das nicht unbedingt gewohnt bin er kam rein, hat allen Hallo gesagt, allen die Hand gegeben hat sich komplett also immer aufmerksam zugehört, wenn irgendjemand was von ihm wollte, hat sich krass eingebracht und hat komplett durchgezogen bei den Zähnen war sich für nicht zu schade absolut, ja und am Ende des Tages hat er auf der Couch gesprungen wir haben es geschafft, dass Papa Platte auf der Couch springt und brüllt, kleine Fotze kleine Fotze, 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 Eier, Fotze also wenn das nichts ist, Freunde absolut, brillant was ist da drin, oh mein Herz macht wie so Maschinenpistole einer schreibt Arbeitszeugnis Oh, ich habe mich gerade mit den Uggs Oh Ich sehe mich gerade mit dem Uggs in der Küche